Hallo Leute, mal ohne lästiges Intro mal wieder, da es in den anderen Videos so gut geklappt hat, würde ich sagen, mach mal nahtlos weiter. Worum soll es in dem Video gehen? Absichern der AD, oder etwas sicherer machen der AD. Was verstehe ich darunter? Mach mal einen kleinen Ausschwenk. Klassisch, ihr kennt es vielleicht, ihr geht her und ein User, der hat ein Problem, meldet es bei euch und meldet euch somit bei dem an und ihr benötigt in manchen Belangen dann höhere Rechte. Naja, in der Vergangenheit oder in kleineren Klitschen ist das halt oftmals so, dass man sich einfach des AD-Admins bedient. Das ist meistens dann auch der Domain-Admin. Und wie ihr ja kennengelernt habt in den anderen Videos, kann ich mit dem Domain-Admin so ziemlich alles machen. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd an der Geschichte, warum das Ganze. Wir wiederholen noch mal den einen Part, den ich schon im letzten Video erwähnt habe. Stellt euch vor, ihr habt ein Notebook, ihr meldet euch in der Domain an mit eurem Benutzer. Und jetzt gehen wir mal von dem Max Mustermann aus und er hat jetzt keine Rechte eigentlich auf seinem Laptop. So, nichtsdestotrotz, er geht nach Hause und weil er vielleicht noch ein paar Arbeiten zu Hause erledigen kann, hat aber keine Verbindung zum Unternehmen. Er kann sich aber trotzdem mit seinen Credentials anmelden. Kurz gesagt, die Credentials werden sozusagen zwischengespeichert oder gecached, wie ihr es auch immer nennen wollt. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, es gibt ja auch unbedarftere Mitarbeiter, die wenig Ahnung von IT haben, die froh sind, dass sie wissen, wie man den Rechner einschaltet. Das ist ja jetzt nicht negativ gemeint, sondern die wissen in ihrem Job Bescheid, aber ITs halt tun sie sich manchmal schwer. Und da geht es genau darum, dass die Leute dann vielleicht versehentlich irgendwelche Links oder, was weiß ich, Mails öffnen mit Dokumenten im Anhang, die vielleicht auch, ja sag ich mal, Schadcode beinhalten könnten und schon habt ihr den Salat. Was passiert bei der ganzen Geschichte? Das Ganze sozusagen ist ja fast wie eine Lawine dann aufgebaut. Diejenigen, die sozusagen den Schadcode nachgeladen haben, die gucken dann einfach, wie es bei euch auf den Rechnern so aussieht, aber dazu benötigen sie eben Rechte. So, um die Rechte zu erlangen, schaut man eben bei den gecacheden Zugangsdaten sozusagen, was da vielleicht noch andere User angemeldet waren auf der Büchse. Und im schlimmsten Fall wart ihr mal mit eurem Domain-Admin dran. Und noch schlimmer, der Domain-Admin, das Passwort machen auch gerne die Admins mal, weil sie bequem sind, setzen es auf Kennwort nicht ändern, beziehungsweise muss nicht geändert werden. Und schon habt ihr den Salat. Das heißt, dieses Kennwort ist dann immer noch gültig. Mit diesem Kennwort kann der, nennen wir mal Angreifer, sich eben in eurem Netzwerk bewegen. Dem wollen wir jetzt entgegenwirken mit dem Tierkonzept, was Microsoft da vorstellt. Gut, damit ich nicht selbst wieder zeichnen muss, bediene ich mich einfach von der Dokumentation von Microsoft, weil genau von denen kommt das ja auch, die Empfehlung. Und auch hier, es gibt eigentlich zwei Modelle. Einmal das alte Modell, das werde ich euch auch zeigen. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, okay, warum zeigt ihr uns den alten Kram? Also fangen wir mal damit an. Damit seid ihr trotzdem ein Stück weit sicherer als zuvor. Und mein Problem ist halt, ich kann euch nicht zeigen, wovon ich halt keine Ahnung habe. Und das möchte ich einfach nicht. Wenn das irgendwann mal so weit ist, dass ich mehr mit Cloud-Diensten arbeite, dann können wir da gerne ein Video als Ergänzung machen. Aber bis dahin würde ich sagen, lassen wir es erstmal bei dem alten Stufenmodell. Ihr seid ja dadurch ja trotzdem ein Tick weit sicherer. Also, kurz gesagt, hier ist eigentlich nur die Ergänzung zu den Cloud-Diensten, die Microsoft hat. Und in dem Fall ist es so, bei dem alten Modell gehen wir her und machen wir Abstufungen von den Rechten sozusagen. Sprich, Tier 0 wären Domain-Controller und Exchange, je nachdem wie der Exchange installiert wurde. Tier 1 wäre sozusagen Server, Applikation etc. Und Tier 2 sind sozusagen die Clients. So könnt ihr euch das eigentlich vorstellen. Das heißt, ein Tier 1 zum Beispiel darf sich weder bei Tier 2 anmelden, noch bei Tier 0. Ein Tier 0 sollte sich natürlich erst recht nicht bei Tier 2 anmelden, sonst immer genau bei der Misere, die ich euch schon vorhin sagte. Wenn ihr mit einem extrem hohen Rechte-Admin an Tier 2 Level geht, dann habt ihr natürlich das Problem, das wird zwischengespeichert, die Zugangsdaten könnten vielleicht im schlimmsten Fall kompromittiert werden. Somit kann er sich auf der Ebene bewegen. Und wenn er sich auf der Ebene bewegen kann, dann kann er sich auch Rechte für die anderen Ebenen geben. Und das wollen wir nicht. Also ich sage es mal so, Tier 0 ist dann wirklich sozusagen nur der Domain-Admin-Bereich. Also die Domain-Admins sozusagen sind das hier. Und mehr sollten die nicht tun. Die sollten nicht selbstständig sich Rechte geben in den anderen Bereichen. Deswegen sollte auch eine einzelne Person, in dem Falle zum Beispiel ich als Admin, auch drei, also eigentlich genau genommen vier Konten haben. Das heißt, ich habe ein normaler Konto, also sprich eins, das absolut gar kein Recht hat, mit dem ich täglich arbeiten kann und ich sollte ein Tier 0, Tier 1 und Tier 2 Admin-Konto haben. Ich würde sagen, bevor wir jetzt lange drum herum reden, richten wir das Ganze doch ein, beziehungsweise ich zeige euch vorher, wie es jetzt aktuell ist und was ich damit alles machen kann und dann, wie es später sein sollte. Dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, angekommen wieder auf dem Domain-Controller, habe ich jetzt einfach mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Die zwei Sachen kennt ihr, das ist einmal die Active Directory Benutzer und Computerverwaltung und einmal die Gruppenrichtlinienverwaltung. Die zwei werden wir auf jeden Fall benötigen und schon vorweg mal gezeigt. Also ich bin hier und, damit ihr das auch seht, und ich bin der Administrator, der jetzt mit vollen Rechten auf der AD, auf den Domain-Controller angemeldet ist und ich werde mich mit den gleichen Credentials auch aktuell anmelden können. Schauen wir mal da rein, auf dem Client, damit ihr das auch gesehen habt. Ich denke, es ist aber für euch nachvollziehbar. Wir suchen einfach mal den Administrator und das ist er. So, und er ist Mitglied von der Domain-Admins-Gruppe. So, somit kann ich mich mit diesem Konto überall aktuell bewegen. Wir lassen uns einfach mal offen. Zum Beispiel hier, ihr seht es, mit Administrator melde ich mich hier an und genau das ist das, was ich meinte. Das ist bequem, ja, ich weiß. Wenn jetzt ein Max Mustermann sich zum Beispiel jetzt bei mir melden, hat ein Problem, ohne dass ich jetzt mit großem Aufwand da rummachen muss, melde ich mich natürlich mit den höchsten Rechten an und somit ist alles für mich erstmal am Anfang aus der Welt geschaffen. Aber zukünftig sind natürlich jetzt meine Anmeldedaten auf dieser Maschine gecached. Wenn ich mich jetzt direkt angemeldet habe. Das, was ich jetzt tue, ist natürlich nicht ganz korrekt. Also, wenn jetzt mein Wissensstand mich nicht trübt und ich damals keine Falschinfos bekommen habe, werden Remote-Anmeldungen nicht gecached. Das heißt, jetzt wäre sowieso wenig passiert. Wäre es aber so, dass ich jetzt zu der Person direkt hingehen würde und mich natürlich mit meinen Credentials als Alternativ anmelde, dann wären sie gecached. Also auch das, bevor ich jetzt hier eine Falschinfo gebe, ich bin jetzt natürlich nur mit RTP angemeldet, aber auch das sollte eigentlich nicht machbar sein. Das geht jetzt natürlich nur, weil ich bei dem Client, das kann ich euch auch zeigen, wir gehen einfach mal in die Computerverwaltung und ihr seht in den Gruppen, die Administratorengruppen und weil diese Gruppe hier drin ist, habe ich jetzt letztendlich mit meinem Admin das volle Recht, mich da anzumelden. Deswegen geht RTP als auch eine Lokalanmeldung. Wie gesagt, aber RTP, soweit mein Wissen stand, wird nicht zwischengespeichert. Gut, dann würde ich sagen, melden wir uns jetzt hier ab und machen das doch etwas sicherer. Gut, dann wollen wir uns ran an die Vorbereitung. Also, wie schon erwähnt, ihr braucht natürlich für jeden Mitarbeiter, der Administrator ist und natürlich entsprechende Rechte benötigt, am besten drei Konten, die nur rein für administrative Tätigkeiten sind. Und wenn ihr es nicht habt für eine normale Tätigkeit, dann natürlich auch ein normaler Konto, nennen wir es mal. Ich hatte ja bei dem ersten Video, glaube ich, war es schon die UU-Administratoren angelegt. Belasten wir es da dabei. Ich könnte es natürlich jetzt granularer machen mit Unter-UUs und, 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 und. Aber ich denke mal, rein, um es euch zu zeigen, reicht es, wenn ich es jetzt hier so bei belaste. Ich muss jetzt natürlich erstmal die Gruppen und die für einen Benutzer werde ich es machen, die drei eigenständigen Benutzer und ich denke mal, das Anlegen ist jetzt nicht so interessant für euch, deswegen spulen wir das Ganze einfach vor. Gut, also, ich habe jetzt natürlich entsprechende Gruppen angelegt, die drei Pollen würdet ihr so oder so benötigen und jetzt muss ich natürlich die User entsprechend den Gruppen zuweisen. So, wie ihr seht, also der T2-Admin ist in T2-Admins, T1 sind T1-Admins und der T0 in T0-Admins. So, bei den T0-Admins können wir eigentlich auch schon vorarbeiten, die sind ja letztendlich dann am Ende die Domain-Admins, also sagen wir, dass diese Gruppe, T0-Admins, auch direkt ein Mitglied der Domain-Admins ist sozusagen hier. So, das heißt, jetzt, Stand jetzt, könntet ihr immer noch mit den T0-Admins überall hin. Das wollen wir nicht, das müssen wir natürlich auch noch reglementieren, aber das machen wir auch gleich. Und eins auch noch vorweg, es macht natürlich keinen Sinn, wenn ihr natürlich mit diesen ganzen Admins, ich meine, das Schema vom Namen her ist ja eindeutig, um was es hier geht, dass ihr nicht natürlich bei jedem das gleiche Kennwort verwendet, sonst kann man sich die Arbeit jetzt hier an der Stelle sparen. Jetzt kommt natürlich der spannende Part, wie wir jetzt anfangen, die Berechtigung zu setzen, damit eben ein T1 nicht sich bei T2 anmelden kann. Zu T0 kann er sowieso nicht, weil er nicht mehr in den Domain-Admins ist, also müssen wir ihn auch auf sich selbst erstmal berechtigen. Und man muss natürlich den T0-Admins verbieten, sich bei T1 und bei T2 anzumelden. Dazu bedienen wir uns Gruppenrichtlinien, und zwar würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal auf und legen zwei Stück an. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Gruppenrichtlinien-Objekten, da hatte ich euch ja gesagt, da landen sowieso alle drin, dann lege ich die jetzt auch erstmal da drin an. Da das eine Systemeinstellung ist, würde ich sagen, wie gesagt, auch die Namensgebungssystem. Es ist eine Computereinstellung, dafür würde ich halt C nehmen. Und da es hier um T1 geht, benennen wir es auch T1 Berechtigung. Da sollten wir auch richtig schreiben. Berechtigung. So, dann haben wir das hier schon mal angelegt, und noch haben wir ja noch nichts darin konfiguriert. Dann kann ich mir das auch gleich, naja, kopieren brauchen wir es nicht. Ich kann es auch neu tippen. Was soll's? So, neu. Und das war System C berecht, ne Quatsch, Tier 2. Berechtigung. Berechtigung, genau. So. Sag mal, die zweimal, irgendwas habe ich da falsch geschrieben. Berechtigung. Okay, äh, so. Gut. Jetzt sind eigentlich, ähm, ähm, drei, ähm, ich glaube, fünf Punkte waren es wichtig. Äh, und zusammenfassend, genau. Ich würde sagen, auch da navigiere ich mich dorthin, und dann quatsch mal am Ende drüber, weil, äh, ich brauche für das ein oder andere vielleicht eine Sekunde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Musik 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 So, gut, damit ihr das jetzt seht, also was muss ich dich machen? Also ich muss natürlich verhindern, dass auf den Tier 1 Rechnern sich die T0-Admins anmelden können. T2-Admins können sie so oder so nicht, noch nicht. Also sollen sie zukünftig auch nicht so. Und ich muss natürlich auch verhindern, dass ich bei den Tier 2 beide nicht anmelden kann. Also sowohl T0-Admins als auch die T1-Admins. So, und das habe ich sozusagen hiermit dann auch verhindert. Also es geht einmal darum, anmelden, als Batch-Auftrag verhindern, dann Dienst, Remote-Dienste und lokales anmelden, sowie vom Netzwerk auf diesen Computer halt den Zugriff verweigern. So, dann haben wir das schon mal geschaffen. Gut, ich muss zugeben, vielleicht war ich auch etwas zu schnell mit dem Durchgeklicken, also nochmal schnell zur Wiederholung, wo ihr das findet. Also Computer-Konfiguration, Richtlinien, Windows-Einstellungen, dann unter Sicherheitseinstellungen, lokale Richtlinien. Und darunter geht es dann um die Zuweisung der Benutzerrechte. Und hier findet ihr dann das, was ich gerade eingestellt habe. Aber da werde ich es höchstwahrscheinlich auch auf meinem Blog bereitstellen. Dann könnt ihr das da auch nochmal einsehen. Gut, jetzt müssen wir natürlich Folgendes tun. Wir müssen natürlich entsprechend die Admins berechtigen auf die Maschinen. Das heißt, wir wollen ja weg von der Domain-Admin-Gruppe und wir müssen zum Beispiel die T2-Admins auf die Clients berechtigen. Genauso wie wir die T1-Admins auf die Server berechtigen müssen. Und die T0-Admins haben ja sowieso schon das Recht, sich überall aktuell anzumelden. Da müssen wir natürlich die Domain-Admin-Gruppe auch noch rausschmeißen. Ich würde sagen, fangen wir doch damit an. Und das findet ihr auch unter Computer-Konfiguration, Einstellungen, Systemsteuerungseinstellungen und dann lokale Benutzer und Gruppen. Und da müssen wir natürlich jetzt entsprechend jeweils die T1 und die C2 eintragen. Gut, also ihr seht es hier, das wäre, wenn ich jetzt, ich muss ja auch, ihr seht es hin und wieder mal spicken. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag. Hier habt ihr dann sozusagen, wählt ihr aus, dass ihr eine lokale Gruppe was ändern möchtet. Wir wählen den Gruppennamen aus, das sind die Administratoren, was ja schon integriert ist. Und wir fügen hinzu die T1-Admins bei der Richtlinie T1. Können wir das bestätigen. Und ich mache das gleiche natürlich hier auch, Administratoren und die T2-Admins. Jetzt werden die Gruppenrichtlinien erstmal soweit vorbereitet. Einen Punkt habe ich noch nicht gemacht und zwar diese zwei Häkchen, die habe ich noch nicht gesetzt. Was heißt das Ganze? Wenn ich diese zwei Häkchen setze, dann würde er mir alles andere rausschmeißen, was nicht in dieser Gruppe mit drin ist. Also Benutzer und Gruppen würden rausfliegen. Das heißt, die Domain-Admins würden aber auch rausfliegen. Jetzt wollen wir erstmal das Ganze strukturieren. Dazu gehen wir jetzt nochmal in die Benutzer- und Computerverwaltung. Gut, also wir haben jetzt die Gruppen angelegt und wir müssen natürlich mit den Gruppenrichtlinien, die müssen wir natürlich entsprechend auch platzieren. So, machen wir das am besten so, dass ihr das besser sehen könnt. Na komm. Also, was haben wir denn vorgearbeitet? Wir hätten hier jetzt unter Abteilung, wären ja sozusagen alle Benutzer und Clients. Unsere interessieren ja natürlich primär die Clients. Ich müsste also sozusagen die T2-Geschichte, also Tier 2, müsste ich also jetzt erstmal da dran verbinden. Das heißt, alle Clients, die da runterfallen, sollen die Tier 2-Admins in die lokale Admin-Gruppe hinzugefügt bekommen. So, dann würde ich einfach sagen, vorhandenes Objekt hinzufügen und Tier 2. So, somit wäre ich hier schon mal safe, dass hier die Einstellungen übernommen werden sollten. Wir gucken uns das aber auch gleich dann im Detail an. Aber machen wir uns doch jetzt erstmal an noch die Geschichte mit Tier 1. Tier 1, wie gesagt, wollen wir nur auf Server setzen und auch nicht zwingend auf ein Exchange. Je nachdem, wie der Exchange halt später installiert wird oder installiert worden ist, muss man halt echt darauf achten. Ansonsten benötigt man halt auch T0-Admin-Rechte. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze auch an. Wir haben ja hier eine Struktur auch schon mal aufgebaut, Server. Jetzt sollte man natürlich tunlich nicht hier logischerweise die Richtlinie verbinden, sondern eher hier und halt an alle anderen drunter. Wenn ihr natürlich jetzt da eine komische Struktur habt, müsst ihr vielleicht überlegen, ob ihr die Exchange-Server vielleicht gesondert macht. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage. Ich habe jetzt nur natürlich ein, ich würde jetzt einfach auf die Service-OU die Tier 1 Gruppenrichtlinie setzen. Dann mache ich das doch auch gleich mal hier. Da kann ich sie draufsetzen. Und das wäre dann die Tier 1 Geschichte. So, jetzt sollte das Ganze eigentlich erstmal im ersten Step funktionieren und das schauen wir uns doch an. Gut, machen wir es so erstmal mit der lokalen Anmeldung. Die wird nach wie vor funktionieren, auch für diesen Admin, den ihr gerade seht. Aber das ist ja nicht unser Ziel gewesen. Unser Ziel ist jetzt erstmal zu schauen, ob ich mich bei einem Client mit einem T2 anmelden kann. Ich vermute mal, jetzt im ersten Step kann ich das, aber ich habe noch keine Rechte, weil ich nicht in die lokalen Admin-Gruppe gehoben wurde. Deswegen melde ich mich jetzt erstmal wieder mit dem hier an und schauen uns an, ob die Gruppenrichtlinie gezogen hat. So, wenn sie gezogen hat, dann würden wir ja, Moment, also GP Result, haben wir ja im letzten Video gelernt, R-R. Dann müsste es funktionieren, aber wie wir sehen, Moment, ich muss natürlich wieder, das ist ja eine Computerrichtlinie, also muss ich es als Admin ausführen. Immer wieder aufs Gleiche. So, jetzt aber, GP Result minus R. So, und wenn ich jetzt, wenn noch keine Richtlinie hier gezogen hat, also wir haben die Default Policy und das war's. Das ist dann natürlich noch nicht richtig. So, das ist das aber, was ich meinte. Entweder ihr müsstet jetzt den Zyklus abwarten oder ihr seid, wie ich, ungeduldig. Ach Quatsch, GP Abw, Junge, Junge. So, und wenn das jetzt gefruchtet hat, dann müsste jetzt eine zweite dazugekommen sein, die System C tier, eine zwei Admins, also Berechtigungs-GPO müsste jetzt gekommen sein. Und dann können wir das auch gegenprüfen. Also, GP Result minus R. Und da, da, da ist es dazugekommen. Genau, das ist das, was unser Ziel war. Und das können wir jetzt natürlich auch gegenprüfen. Wir gehen ins, nee, Quatsch, da bin ich nicht richtig. In die Computerverwaltung wollen wir. Und dann sollten wir jetzt hier bei den Administratoren, genau, die T2 Admins drin haben. Das ist schon mal soweit richtig. Jetzt wollen wir natürlich es auch gegenprüfen. Das sollte jetzt natürlich bei dem Server 2, bei dem Diensteserver nicht der Fall sein. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier an der Maschine anmelde, sollte selbst mit dem GP Update nicht die tier 2 Admins drin sein, sondern, logischerweise, die tier 1 Admins sollten da drin sein. So, dann natürlich probieren wir das hier auch erstmal. Wir gucken es uns an, als Admin ausführen. Bestätigen wir. Dann machen wir gleich mal GP Update. Gut, soweit sind wir durch. Jetzt können wir nochmal GP Result machen. Jetzt müsste normalerweise das gleiche dastehen, nur, dass da nicht T2, sondern T1 steht. So, schauen wir es uns einfach mal an. Wir scrollen mal wieder hoch zu der Computerrichtlinie. Welche da gezogen wurden? Genau. Das ist das, was wir wollten. Schauen wir es uns an, ob es auch da gefruchtet hat. Wir gehen auch hier in die Computerverwaltung. Und wir sehen in den Gruppen, Administratoren, ne. So, die T1 Admins. Das ist schon mal soweit richtig. Okay, jetzt wollen wir natürlich uns, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir uns generell damit anmelden können. Das ist das, dann melden wir uns jetzt um. Abmelden. Natürlich waren die Konten jetzt noch nicht angemeldet an den entsprechenden Maschinen. Deshalb wird jetzt hier das eine Sekunde dauern, bis das Profil natürlich geladen ist. Aber das Ganze können wir ja auch dann etwas vorspulen. So, okay. Das hat soweit funktioniert. Ihr seht, also mit dem T2 Admin konnte ich mich hier anmelden. Mit dem T1 Admin konnte ich mich am Server anmelden. Das wäre schon mal soweit richtig. Und somit kann ich hier natürlich jetzt meine administrativen Tätigkeiten durchführen. Jetzt ist natürlich ja der interessante Punkt. Kann ich mich denn umgekehrt anmelden? Das probieren wir jetzt auch gleich. Gut, natürlich wollen wir ja auch wissen, ob das umgekehrt funktioniert. Also anmelden haben wir natürlich jetzt geprüft. Aber jetzt die Frage, darf ich mich denn als T0 an einem T1 anmelden? Eigentlich nicht. Wir prüfen es gegen. So, und genau diese Meldung sollte in dem Falle kommen. Das Ganze prüfen wir natürlich auch per RDP gegen. Das ist die gleiche Maschine. Ich möchte mich da jetzt anmelden mit den anderen Credentials. In dem Falle T0. So, und das Passwort. Genau, diese Meldung sollte kommen. Soweit, so gut. Okay. Das Ganze darf natürlich bei einem Client genauso wenig funktionieren. Probieren wir es doch einfach gegen. Wir nehmen hier den T0. Und wie Sie sehen, da geht nichts. Gut, das können wir jetzt natürlich auch probieren mit dem T1. Der T1 soll sich auch nicht an einem Low-Level-Tier anmelden können. So, und dann funktioniert das auch nicht. Perfekt. Genau so sollte das sein. Wir probieren jetzt aber noch ein letztes gegen mit dem Client hier. Ob das mit dem T1 gehen würde? Ist das genauso verwirrend für euch wie für mich gerade? Ich muss da echt den Gedanken beisammen halten. Okay, genau das. So, das ist prima. Genau das sollte kommen. Somit bin ich schon mal sicher, damit ich erst gar nicht in die Versuchung komme, mit einem höher gelegenen Recht, mich meinem Kleineren anzumelden, damit meine Credentials dort nicht gecached werden. Und wenn er kompromittiert wäre, dass er die abgreifen kann. Jetzt gilt es eigentlich darum, die anderen Kunden natürlich auch davon auszuschließen. Ihr wisst, oder habt es gesehen, es gibt ja noch den vordefinierten Administrator und es gibt natürlich auch noch den ADM-Lump. Der ist weder in T0, T1, T2 drin. Ergo, der ist momentan von allem ausgeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Domain-Admin-Gruppe wegnehmen und dann sind wir ein Stück weit sicherer. Sehen wir uns gleich wieder. Die Richtlinie haben wir ja vorhin erstellt und da haben wir ja, wie gesagt, die T2 ist zu den Clients hinzugefügt und die T1-Admins zu den Servern hinzugefügt. Jetzt habe ich noch diese Häkchen gesetzt. Damit sollte die Domain-Gruppe daraus verschwinden. Sagen übernehmen, da auch übernehmen. So, und dann machen wir noch etwas, das Ganze hübscher. Und das können wir auch noch wegmachen, beziehungsweise ich mache eine Beschreibung und halte mich selbst nicht ganz dran. Und zwar, wir haben jetzt natürlich nur Computer-Konfiguration vorgenommen, also kann ich Benutzer-Konfiguration an der Stelle auch ignorieren. Genauso wie bei dem hier natürlich auch. So, Benutzer-Ignorieren. So, jetzt haben wir das soweit vorbereitet und jetzt übernehmen wir noch die Gruppenrichtlinien und wenn alles funktioniert hat, sollten auf dem Tier 1 und Tier 2 Maschinen keine lokalen Admins mehr vorhanden sein. Da sind wir jetzt eigentlich fast schon durch. Also, was habe ich jetzt gemacht? Damit ihr seht, mit wem ich angemeldet bin, mit Who am I könnt ihr das einsehen. Mit T1-Lum bin ich angemeldet, also mit dem T1-Admin auf einem Server. Das passt, das ist die Service-Maschine. Habe die aktuellen Gruppenrichtlinien gezogen. Das gleiche habe ich hier gemacht, also mit dem T2-Lum und habe natürlich auch die Gruppenrichtlinien aktualisiert. Und wenn jetzt alles richtig funktioniert hat, dann müsstet ihr unter Computerverwaltung, machen wir das doch bei beiden Maschinen mal, müsstet ihr dann keine Domain-Admin-Gruppe mehr in den lokalen Administratoren drin haben. Wir schauen rein. Und wie ihr seht, da hat es funktioniert. So. Und da hat es auch funktioniert. Jetzt seid ihr eigentlich an der Stelle, ihr habt das, also rundet man das ab. Das Konzept, denke ich mal, ist klar. Man soll mit mehr Admins arbeiten, damit man die verschiedenen Schichten, nennen wir es mal, untereinander trennt. Damit ich erst gar nicht in die Versuchung komme, mit einem höherrangigen Admin, mich bei einem Low-Level-Tier sozusagen anzumelden, damit da meine Anmeldedaten nicht gecached werden. In der Hoffnung, dass sowieso eure Credentials alle naslang das Passwort geändert werden müsste. Selbst wenn ihr es nicht tut, werdet ihr dann safe, weil ihr euch hoffentlich noch nie mit einem T1-Admin zum Beispiel an einem T2-Rechner angemeldet hättet. Dadurch, dass wir jetzt auch das Recht weggenommen haben, dass die Domain-Admins sich grundsätzlich nicht mehr anmelden können an den Clients, sind wir da auch einen Ticken sicherer. Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Test. Mal hier abmelden. Und ich versuche mich jetzt einfach mal mit dem ADM-Lump anzumelden. Der ist ja weder noch, also der ist nur in der Domain-Admin-Gruppe drin gewesen. Der darf sich höchstwahrscheinlich anmelden, aber eigentlich ohne Recht schätze ich jetzt mal so. Aber wir schauen es uns doch einfach mal an. Gut, also wir haben uns jetzt mit dem entsprechenden Account angemeldet, also mit dem ADM-Lump. Das könnt ihr auch hier nochmal sehen. Und jetzt geht es darum, könnte ich dann jetzt mit mir wieder erhöhte Rechte geben. Also jetzt bin ich eigentlich theoretisch ein Normalo. Und das erste Ziel ist ja eigentlich, als Angreifer versuchen sich Rechte zu geben. Alleine die Tatsache, dass das Fenster kommt, könnte euch schon gewiss sein, dass er nicht mehr die Rechte hat. Aber wir melden uns jetzt trotzdem mal damit an. So, das Fensterchen geht auf. Okay, so weit, so gut. Und jetzt, wenn ich unter Gruppen gehe und Administratoren, gibt es ja nach wie vor die Domain-Admins nicht. So, er hat ja keine Rechte, aber ich weiß jetzt, also in meinem Fall weiß ich, er ist ja jetzt in der Gruppe drin. Also jetzt könnte ich Folgendes machen. Entweder ich könnte sagen, ADM-Lump. Ich will mich da hinzufügen, weil ich weiß ja jetzt, mit dem bin ich angemeldet. Und sage das hier. Und dann sage ich, okay, darf ich nicht. Also alleine das wird schon nicht funktionieren. Genauso wenig, wie ich jetzt hier mit die Domain-Admins reinfügen darf. Und das hier sind sie. Okay. Nehmen wir mich mal wieder raus. So, jetzt, also das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sage ich jetzt. Und nein, ich darf es nicht mehr. Kurz gesagt, wir haben unser Ziel erreicht an der Stelle. Aus einem ehemaligen Domain-Admin habe ich jetzt keine Rechte mehr. Ich darf nichts tun damit. Das einzige Problem, was jetzt natürlich an der Stelle noch ist, der Benutzer, der war ja schon mal angemeldet. Also die Credentials sind ja nach wie vor vorhanden. Und mit diesen Credentials kann ich mich auch nach wie vor am Domain-Controller anmelden. Also da müsstet ihr dann überlegen, ob ihr dann vielleicht danach halt alle eure Passwörter dann ändert. Und dann seid ihr auch ein Stück weit sicherer. Ja, wie gesagt, was anderes fällt mir jetzt an der Stelle eigentlich nicht ein. Oder wie gesagt, ihr entfernt euch sowieso grundlegend von diesem Konto und benutzt dann eben, dafür ist es da, nur noch den T0-Admin. So, ich weiß, das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Was meine ich damit? Man könnte jetzt natürlich mit einem Management-Host arbeiten. Das werde ich aber ganz ehrlich jetzt mal eine Testumgebung nicht machen. Also ich werde jetzt nicht nochmal eine Maschine installieren. Was wäre der Hintergrund da drin? Man könnte zum Beispiel die Testmaschine benutzen, die Erser-Tools dort installieren und nur noch remote auf die verschiedenen Server draufgehen. So, insofern, wir hatten es ja vorhin schon, also wenn meine Aussage nicht falsch ist und immer noch aktuell ist oder überhaupt stimmt, dass eine Remote-Anmeldung keinen Cache von einem Benutzer-Passwort beinhaltet, dann könntet ihr zum Beispiel eine reine RDP-Session durch die Firewall nur noch durchlassen und das wäre alles. So, das heißt, was anderes ging ihr da gar nicht mehr auf die verschiedenen Server. So, das nächste, was ja dann noch denkbar wäre auf dem Host, dass man alles, also wirklich auch alle Dienste und Sonstiges, alles deaktiviert, was man nicht mehr benötigt, sondern rein nur noch wirklich für das Management. Das wäre jetzt auch nur eine Variante. Das Ding ist dann autark, vielleicht noch nicht mal in der Domäne etc. Da würde ich euch dann empfehlen, zum Beispiel, also was ich jetzt zum Beispiel jetzt tue, teilweise, das kann jeder auch tun lassen, seine Meinung darüber bilden, aber wenn wir uns jetzt nochmal auf den AD-Server begeben, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ich habe es ja nur noch offen, da. So, mal angenommen, das wäre mein AD-Server und ich, also nicht, also das wäre mein Host-Server so rum, dann könnte ich ja jetzt auch hergehen und könnte sagen, mit dem rechten Mausklick auf, also Shift und rechter Mausklick, bietet einem somit dieses Run-As, also sprich, als anderen Benutzer anmelden an und dann könnte ich jetzt auch sagen, okay, melde mich jetzt nicht mit dem Benutzer an, mit dem ich jetzt dran bin, sprich, das würde ja passieren mit einem Doppelklick, sondern ich könnte jetzt sagen, benutze mir irgendeinen, zum Beispiel den Max Mustermann etc., also das wäre möglich, dann könntet ihr euch so dann zum Beispiel anmelden, wenn ihr zum Beispiel auf einem Client seid mit Normalo-Rechte, also sprich, ihr habt gar keine Rechte und ihr meldet euch so rüber an, also auch solche Varianten gäbe es. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, könnt ihr euch selbst entscheiden, wie ihr letztendlich dann die Administration macht, ich meine, ein Stück weit, gehört als Admin ja auch Eigeninitiative leider dazu, oder nicht nur leider, sondern Gott sei Dank, und ja, also ich denke mal, an der Stelle sind wir soweit durch, wie gesagt, mit einem Host könntet ihr das jetzt noch weiter absichern. Im nächsten Video würde ich sagen, um das noch ein bisschen, noch granularer zu machen, würde ich sagen, gehen wir auf Labs ein. Die Kurzfassung zu Labs, für die, die es nicht wissen, also Labs ausgeschrieben wäre Local Administrator Password Solution, das ist sozusagen dazu gedacht, dass ihr bei jeder Maschine den lokalen Administrator, dass jeder lokalen Administrator ein gesondertes Passwort hat, weil ihr kennt es ja selbst, ihr habt eine Software-Verteilung, wo ihr auch, sag ich mal, OS-Deployment macht, und was habt ihr da drin? Den lokalen Administrator mit immer dem gleichen Passwort. Ich habe früher, bevor ich mit diesen Tierkonzepten und Labs gearbeitet habe, habe ich zwei Gruppenrichtlinien gehabt, einmal für Server und einmal für Clients und da drin jeweils das Passwort für den lokalen Admin geändert. Das kann man natürlich auch tun, aber dann bleibt es ja trotzdem dabei, pro Server, also für die Server alle wäre das gleiche lokale Admin-Passwort gewesen, als auch für die Clients. Das ist natürlich ja auch suboptimal. Ihr könntet natürlich den Admin logischerweise auch noch umbenennen und ihr könnt ihn auch deaktivieren, da ihr jetzt ja sowieso mit anderen Admins dran geht. Aber, falls es so nicht ist, wir werden definitiv mit Labs das noch ändern und dazu einfach im nächsten Video mehr. Dann beende ich jetzt das Video, freue mich, wenn es euch gefallen hat und ihr ein Ab- und Like da lasst. Wenn ihr Bock drauf habt auf andere Themen, dann sagt mir natürlich Bescheid. Dann können wir natürlich entweder das Ganze ergänzen, was ich bis jetzt gemacht habe, oder wir machen einfach euer Thema. Wenn ich es zumindest beherrsche, dann können wir das natürlich auch machen. Und ich habe voll Bock auf das Projekt und wenn es euch auch gefallen hat, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann beende ich das hier und sage Tschüss, Servus und Ciao.